Mein Name ist Klaus Bär, ich arbeite seit 17 Jahren für die PTV und seit acht Jahren bin ich Partnermanager für die PTV X-Server Softwarekomponenten mit unseren Partnern. Das Besondere am Partnernetzwerk der PTV sind langjährig gewachsene Partnerschaften mit unterschiedlichsten Softwarekomponenten, die unsere Partner von uns verwenden und in ihre eigenen Softwareprodukte eingebunden haben. Die LIS und die PTV haben eine ganz besondere Beziehung, weil letztendlich sind zwei marktführende Unternehmen in der Transport-Logistikwelt partnerschaftlich eine Beziehung eingegangen und wir haben dadurch eben halt eine sehr gute Ausbreitung der Tourenplanung und Tourenoptimierungssoftware im Transport-Logistikbereich. Die TMS sind sehr unterschiedlich und sehr breit gefächert. Es gibt unterschiedlichste Module innerhalb der einzelnen Softwarekomponenten. Die tägliche Disposition wird eben halt immer besser durch die Verwendung von Software und die Digitalisierung schreitet voran. Die TMS ist funktionieren. Vielen Dank.